Und egal, mein Zeug einsammeln. Ach, wo ist das denn schon wieder? Hier. Weil ich will die drei hintereinander haben. Und dann muss das auch funktionieren. Warum soll das ja nicht gehen? Wovon ist das denn schon wieder voll? Oh, kann ich jetzt mal meine Handels take away. Mann. Wo ist mein? So wollte ich eigentlich gar nicht. Aber was soll ich machen? So würde ich hier gar nicht bauen. Aber wenn es nicht anders geht. Ich höre! Ahem. Hallo, Eisenberg. titan wie viel eisen haben wir denn wir haben gar nicht viel eisen doch in dies haben wir eisen gründe der höhle ja weise bei all right ja weise bei ja weise bei ja 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 Eisen und die Tarnhäuser. Das brauche ich für Türen. Das brauche ich gleich. Das brauche ich für Türen. 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 Das brauche ich dir. Das brauche ich dir. Das brauche ich für Türen. Das brauche ich für Türen. Meine Transparente ist ja schön. Aber man sollte ja wenigstens mal eindeutig erkennen können. Endlich. Das brauche ich für Türen. 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 wo habe ich ein einzelnen habe ich ich habe noch irgendwo ein baum haben verbuddelt und ich weiß nicht mehr wenn dann will ich den natürlich stehe ich mir so eingepackt beim pilzen auch nicht wo habe ich noch schränke wo sein könnte doch nur oben ganz vorne vorbeigelaufen sie ist ja ich lasse ich mal noch ich wollte noch in irgendeiner jean links bauen ne der ist ja für draußen der nahrungs hier ist der aluminium und eisen und eisen und eisen verweisen alle alle baum samen da kann ich noch hier kann auch noch einer hin da ist ja kein platz mehr sammeln das sind die anderen samen ich suche kürbis weinsatz esse ich dir noch aus versehen auf wo sind die ich habe doch hier vorne auch noch schränke das ist das blöde hier vorne sind ja auch noch schränke ja ok schränke ja aber wo ist denn das zeug hin die tüten die samen in den tüten wo habe ich die hingepackt oben boah zweimal aubergine mamma mia das ist eine schwere geburt ey so aubergine und aubergine und pülse kommen in den schrank jetzt bin ich aber froh sonst hätte ich schon wieder ich kenne mich ja sonst hätte ich schon wieder probleme mit dem einen ding was da übrig geblieben ist wo ich das schon wieder hin packe kürbis raus so kürbis aber gnet das wird auch ein kürbis ok so bauen die haben wir die haben wir hier seewasser seewassersammler noch eine algenmaschine erzeugt biomasse blumensteuer guck mal den bauen wir 33,5 biomasse wasser her wasser zwei super duper dinger was bin jetzt achso zwei super legierungen 12 und zweimal dinger haben wir noch aber nicht mehr und den können wir ruhig ein bisschen weiter hinten bauen am nächsten abstieg am nächsten abstieg so hier ein bisschen damit sie auch ein bisschen grüner wird auch schön aber das ist der 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 den der 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 Das war doch nur Uran und Iridium, ne? Das ist wohl den anderen Erdbohrer mal bauen können. Mann. Das sieht lustig aus, ne? So. So, aber erstmal bauen wir hier vorne. So, Biomasse ist das nicht. Osmium. Zieht Iridium-Dings an. Uran. Uran? Ah. Noch mal Uran-Dings bauen. Klar. Natürlich. So. Guck mal her. Wir haben doch hier noch extra Zeug rumliegen. Was so vor sich hin strahlt. Das Triebwerk brauchen wir doch Brennstäbe. Dafür können wir doch das schön nehmen. Und so weiter. So. Ja? Ja? Ja. Ja?